In dem heutigen Beitrag möchte ich mit dir über die Tesla-Aktie sprechen. Tesla hat Elon Musk in den Kapitalhimmel katapultiert. Er wurde zum reichsten Menschen aller Zeiten in kurzer Zeit. Die Tesla-Aktie ist von, und es gab mehrere Splits, deswegen spreche ich jetzt Split bereinigt, von etwa 10, 20 Dollar auf 400 Dollar gestiegen. Nur um jetzt im Jahr 2022 bis ins Jahr 2023 75% einzukrachen. Viele fragen sich jetzt, soll ich heute überhaupt noch in Tesla investieren? Und ich habe dir einige Punkte mitgebracht, die sowohl gegen ein Investment in Tesla-Aktien sprechen, die aber auch für ein Investment sprechen. Und der erste Punkt, der gegen ein Investment in Tesla spricht, ist die Bewertung. Du musst sehen, was ist Tesla letztendlich? Tesla ist nichts anderes als ein Autobauer. Natürlich kann man sagen, es ist ein Autobauer, der das Thema künstliche Intelligenz, Ladensäulen, Infrastruktur oder auch andere Dinge implementiert. Da gebe ich dir recht, absolut. Aber am Ende des Tages baut Tesla keine Flugzeuge. Es baut keine Roboter. Es baut all das nicht. Vielleicht kann das alles noch kommen, das ist aber Zukunftsmusik oder eine Spekulation. Stand jetzt ist es so, dass Tesla genau wie alle anderen Autobauer die Herausforderung hat, Autos herzustellen, also die ganzen Rohstoffe einzukaufen, sie auf dem Hof zu stellen und dann abzuverkaufen. Es gibt einen gewissen Unterschied, denn Tesla geht eigentlich nur den Weg über eigene Vertriebe. Das bedeutet, du kannst das Ganze online bestellen und es gibt Showhäuser, Showrooms in vielen Metropolen weltweit. Also beim Vertrieb wird die Marge höchstwahrscheinlich höher sein. In Summe ist auch die Marge beim Verkauf von Teslas höher. Allerdings gibt es hier jetzt schon die ersten Rückgänge. Also Musk hat große Preisreduzierungen oder Rabatte in China schon angekündigt und dem ist jetzt auch die USA schon gefolgt. Und die Bewertung ist nach wie vor, dass wir hier ein KGV deutlich über 20 haben, obwohl die Aktie bereits um 75% gefallen ist. Wenn wir uns europäische oder weltweite Autobauer herstellen, wie zum Beispiel VW, BMW, Mercedes oder auch andere, dann haben wir hier ein KGV von teilweise 5 bis zu 10, irgendwo so diese Range, 5 bis 10. Und ich behaupte, dass sich Tesla dieser Bewertung nach und nach annähern muss. Denn die Big Guys, wie zum Beispiel VW, könnten, wenn sie wollten, dieses ganze Thema E-Mobilität viel, viel stärker, viel, viel intensiver spielen. Es gibt Gründe, warum sie es nicht tun. Ein zweiter ganz wesentlicher Punkt, warum Tesla weiterhin noch große Probleme am Aktienmarkt bekommen wird, ist das Thema Patente. Also, Elon Musk, ein Genie aus meiner Sicht, hat sich ganz bewusst, ganz klar dagegen ausgesprochen, Patente für Tesla anzumelden. Und sie haben viele, viele Dinge komplett neu gemacht. Sie haben den Bereich der Automobilfertigung neu durchdacht und Elon Musk ist aus meiner Sicht deswegen so genial, weil er ein Konzept nutzt. Und es ist folgendes, wenn du nämlich dir selbst 30 Tage lang Zeit gibst, dein Haus aufzuräumen, dann wirst du 30 Tage lang brauchen. Wenn du dir aber nur 3 Stunden gibst, dann wirst du auch 3 Stunden brauchen. Und so ist er beispielsweise auch zu Twitter hingegangen und hat einen Großteil der Belegschaft erstmal gefeuert, weil er sagt, okay, ich kann das Ganze mit 10.000 Menschen wuppen, ich kann das aber auch mit 1.000 Menschen wuppen. Und der Punkt ist aber, diese Patente ist eine Markteintrittsbarriere, die er aber bewusst offengelegt hat. Also er hat gesagt, diese neuen Innovationen im Bereich der E-Mobilität oder aber auch wie das Auto gebaut wird und andere Dinge, er könnte Patente anmelden, er hat das aber bewusst nicht gemacht. Er wollte das einer breiten Bevölkerung, aber auch der Konkurrenz zur Verfügung stellen. Und das könnte große, große Probleme bedeuten. Ein weiterer großer Punkt ist letztendlich die finanzielle Gesundheit von Tesla. Und Tesla ist ja kein Unternehmen, das es schon seit 50 oder 100 Jahren gibt, wie es beispielsweise BMW oder auch andere große Autohersteller sind. Tesla gibt es erst seit wenigen Jahren und so kann man nach wie vor sagen, es ist ein Newcomer. Newcomer sind in der Finanzierungsstruktur am Anfang sehr Eigenkapital stark, das eben durch Seed Money und andere Dinge ins Haus geholt wird. Dann nach und nach wird aber die Bilanz, und das kann man regelmäßig erkennen, oftmals schlechter. Und es wird Fremdkapital aufgenommen oder aber auch neue Aktien ausgegeben, was für alte Eigentümer meistens eher schlecht ist. Und so kann man eigentlich im Verhältnis zu den anderen Autobauern sagen, dass die Bilanz von Tesla eher schlechter ist als die beispielsweise von BMW. Ich bleibe dabei Mercedes oder aber auch VW. Okay, das sind die Gründe, die gegen ein Investment von Tesla sprechen. Jetzt wollen wir aber auch mal darüber nachdenken, was spricht denn eigentlich für die Tesla-Aktie. Und das ist aus meiner Sicht nach wie vor die Gründungsperson der Inhaber, obwohl er große Teile seiner Aktien verkauft hat. Aber nach wie vor wird Tesla ikonisiert durch letztlich Elon Musk. Elon Musk, und da muss ich selbst eigene Fehler eingestehen, ist ein Mensch, der polarisiert, ist ein Mensch, der Massen bewegen kann. Und vielleicht kannst du dich noch an das Interview erinnern, als er so kiffend irgendwie in einem Podcast gezeigt wurde, wo er gerade irgendwie so ein Joint raucht und nie wurde eigentlich klar, war es ein Joint oder was war es eigentlich. Es ist auch völlig egal. Das hat viele Investoren abgeschreckt zu dem damaligen Zeitpunkt. Weiterhin ist es auch so, dass Menschen sagen, okay, ein Mensch, der sich um Tesla kümmert, ein Mensch, der sich um SpaceX kümmert, der sich um Twitter kümmert und noch viele andere Dinge, wie zum Beispiel The Boring Company und was Elon Musk nicht alles hat, der kann sich nicht fokussiert auf eine einzige Sache konzentrieren und kümmern. Das war auch meine Meinung. Er hat uns eines Besseren belehrt. Er hat mich eines Besseren belehrt, das will ich ganz offen sagen. Und er zeigt letztlich, dass er es über Jahre hinweg geschafft hat, mehrere Unternehmen erfolgreich nach oben zu bringen. Dafür ziehe ich meinen Hut absoluter Respekt vor diesem Mann. Elon Musk ist der Grund, warum man Tesla Aktien kaufen kann. Ein weiterer großer Punkt ist, und da bin ich auch gespannt auf die Reaktionen dieses Videos, denn immer dann, wenn du ein Urteil über Tesla fällst, kommen die ganzen Fanboys. Das bedeutet, Tesla ist kein Unternehmen. Tesla ist keine Aktiengesellschaft. Tesla ist kein Autobauer. Für viele ist Tesla eine Religion. Für viele ist Tesla die Antwort auf die aktuelle Frage, wie sollen wir mit unseren Energien umgehen. Sollen wir das Nachhaltigkeitsthema oder wollen wir weiterhin im Bereich der Verbrenner bleiben, Diesel und all das. Und da gibt es viele Argumente pro und kontra. Aber viele Menschen lassen das völlig außer Acht. Die sind also auf einer rationalen Ebene überhaupt nicht mehr zu erreichen und sagen, Tesla und Elon Musk sind die absoluten Gurus. Sie sind das Heil aller Welt. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, gar nicht. Sondern ich möchte sagen, immer dann, wenn so etwas passiert, ist es regelmäßig so, dass das gut für Aktien ist. Das ist also der zweite Grund, warum man Tesla-Aktien kaufen könnte. Und der dritte Grund, den hatten wir eigentlich gerade auch schon genannt, ist das Thema alte Fortbewegungsweise. Das sind Verbrenner, insbesondere Diesel, wofür ja VW und die deutsche Autoindustrie steht. Aber im Kontra oder im Gegensatz die neue Art, sich fortzubewegen. Und Elon Musk hat hier eine ganz klare Antwort gegeben. Er sagt, es ist die Sonne. Es ist die Sonne. Wir wollen uns mit elektrischer Energie fortbewegen. Auch hier gibt es natürlich Pro und Contra. Das wäre aber ein eigenes Video. Deswegen wollen wir da nicht drauf eingehen. Denn viele sagen, okay, der Verbrenner ist effizienter, als wenn wir das ganzheitlich betrachten, als beispielsweise die Sonnenenergie, weil hier Silizium abgebaut werden muss und andere Dinge. Viele schwören deswegen jetzt schon auf den Punkt des Wasserstoffes, der aber weniger effizient ist. Also es gibt, wie gesagt, viele Dinge. Aber eins bleibt. Es ist ein absolutes Trendthema. Wenn du dir auch die Geldanlageindustrie anschaust, da werden ja ESG-Themen angesprochen, also Nachhaltigkeitskriterien in Force beispielsweise. Das Thema Nachhaltigkeit, grünes Investment, ist on vogue. Es ist das Thema der Zeit. Und auf dieses Thema zahlt das Unternehmen letztlich ein. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor ich mit dir erstmal auf den Chart gehe, mal wissen, was hältst du eigentlich von Tesla? Bist du davon überzeugt, dass Tesla nach diesem Absturz von 75% jetzt seinen Boden bei ungefähr 118 Dollar gefunden hat? Ich kann dir nur eins aus charttechnischer Sicht sagen, dass wir jetzt Mitte Januar ein klares Kaufsignal in der Tesla-Aktie haben. Aber Achtung! Wenn ich sage Kaufsignal, dann heißt es, dass es durchaus von diesen 118 Dollar jetzt mal wieder hochgehen kann auf 180 Dollar, eben bis zu diesem letzten Hoch bei etwa 200 Dollar. Sollte es danach über diese Marke gehen, sage ich, jawohl, ein neuer Trend hat sich etabliert und die Reise nach oben, 200, 300 Dollar, ist wieder möglich. Die Aktie zeigt uns immer wieder, was da alles möglich ist. Sollte sie es aber nicht schaffen, ist nach wie vor ein Abwärtstrend, der seit dem Jahr 2021 intakt ist, abzuarbeiten. Bedeutet also, die Aktie würde von hier aus wieder abverkauft werden auf neue Tiefs, die niemand kennt. Und der Punkt ist jetzt aber der, dass du jetzt hier bei dem Einstieg von 118 Dollar durchaus nach oben großes Potenzial haben kannst. Deswegen, kurzfristig sage ich, jawohl, damit kann man Geld verdienen, wie im Übrigen mit vielen, vielen Dingen. Aber, ob das Ganze langfristig Luft nach oben hat, das ist nach wie vor zu hinterfragen. Wenn du wissen möchtest, wie du jetzt genau messen kannst, wann du einsteigen sollst, wann du aussteigen sollst, wie du dich absichern kannst gegen große Kursverluste bei Tesla und auch anderen Aktien, dann schau dir bitte unser Online-Training an, das wir zu diesem Thema gemacht haben. Den Link findest du unterhalb dieses Beitrags. Bis zum nächsten Video. Ciao.